Vier Spiele, vier Punkte bislang für die zweite Mannschaft von St. Pauli. Natürlich nicht der erhoffte Saisonstart für die kleinen Boys im Roundia, so wie alle Jugendteams von St. Pauli ihre Spiele in den schwarzen Pokaltrikots austragen. Joachim Filipkowski und seine Jungs wollen also raus aus den unteren Tabellenregionen, unterstützt das Ganze durch drei Profis. Erzince hier mit dabei und für alle Fans der Kiezkicker erfreulich, Rico Benatelli und Johannes Flum von Beginn an auf dem Rasen sollen nach längerer Verletzungspause erstmal wieder Spielpraxis sammeln und dann hoffentlich auch eine gute Rolle bei den Profis zu spielen. Stichwort gute Rolle, Christian Stark mit dem ersten Abschluss der Partie schon drei Tore und eine Vorlage für den Stürmer bislang. St. Pauli kam richtig gut ins Spiel, keine zehn Minuten rum, Benatelli öffnet die Seite für Meißner, der direkt weiter in den Lauf von C hier, Querpass an allen vorbei und Wieckhoff so blank am zweiten Pfosten, 1-0 St. Pauli, die frühe Führung. Die Belohnung für den Schwung, den die Mannschaft von Minute eins auf den Platz brachte C hier, heute in etwas offensiverer Rolle mit der Übersicht und für Janis Wieckhoff das Ganze dann natürlich ziemlich easy. Joachim Filipkowski und Feridun Zandi auf der Trainerbank bis hierher zufrieden. Die Hannoveraner vom frühen Rückstand allerdings eher wenig geschockt, wir sind immer noch in der Anfangsviertelstunde, weiter Abschlag, einfach mal nach vorn und auf einmal ist Drafts durch, Marco Drafts völlig blank, lässt Leon Schmidt keine Chance, alles zurück auf Anfang. Drafts bis zur vergangenen Saison noch beim Stadtrivalen, der Boys & Brown unterwegs mit seinem ersten Saisontor, riecht hier einfach den Braten und startet durch, das Ganze aber natürlich auch relativ schlafmützig verteidigt, ein Tor, das so nie fallen darf. Danach erstmal kurze Trinkpause, Filipkowski jetzt schon mit deutlich mehr Redebedarf. Aber auch danach Hannover das aktivere Team mit dem ein oder anderen gefährlichen Vorstoß, das ist Martin Wagner im Fallen an den Pfosten St. Pauli, jetzt im Glück, bei dem Ding wäre Keeper Schmidt ohne jede Chance gewesen. Dann mal wieder St. Pauli vorne, Flanke von Keeper Sündermann mit beiden Fäusten entsorgt und dann läuft er auf einmal, der Hannoveraner Konterexpress. Mustafa in der Mitte löst sich genau im richtigen Moment, der Ball kommt perfekt in den Lauf, Marvin Senger nicht mehr hinterher und Mustafa dann auch eiskalt vor dem Gehäusespiel gedreht. Knapp 40 Minuten rum, St. Pauli einmal unachtsam, einen Konter kassiert Hannover dagegen mit fast perfekter Effektivität. 1 zu 2 aus braun-weißer Sicht der Halbzeitstand. Das Ganze nach verheißungsvollem Start in die Partie natürlich extra bitter. Entsprechend sparsam auch die Gesichter bei den Verantwortlichen. Zweite Hälfte, ausgeglichene Partie jetzt. St. Pauli wollte, St. Pauli mit Christian Stark aus der Distanz. Sündermann ist da und Wieckhoff vergibt im Nachsetzen. Der Hannoveraner Keeper aufmerksam. Die Gäste mit der Führung im Rücken verlegten sich aufs Kontern, überließen St. Pauli über weite Strecken. Das Spiel. Es war allerdings ein bisschen zu ideenlos, was die Kiezkicker auf den Rasen brachten. Meißner mal mit einer guten Bewegung, Abschluss nur um Zentimeter vorbei. Gutes Ding, aber zu diesem Zeitpunkt auch schon knapp 75 Minuten rum. Letzte Möglichkeit der Partie. Freistoß. Jemal Cesar nicht so schlecht. Einer zum Fliegen für Sündermann. Aber das war sie auch schon. Die letzte Gelegenheit der Partie. St. Pauli 2 verliert gegen die zweite Mannschaft von Hannover am 96 mit 1 zu 2 und kommt weiterhin nicht so richtig unten raus. Einziger Lichtblick. Flum und Benatelli spielen 90 Minuten durch und kommen in ihrem ersten Saisoneinsatz bei den Profis immer näher. Bereits am Mittwoch gibt es für die Mannschaft die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Um 19 Uhr geht es gegen die Spielvereinigung Drochtersen-Assel den aktuellen Tabellendritten.